In diesem Video heute geht es nun um die Umgestaltung des Rennbahn-Aquariums. Ich nehme euch mit in den ganzen Prozess, was ich mir dabei gedacht habe, wie ich das vorbereitet habe, wie ich umgestaltet habe, was das neue Konzept ist und natürlich dann auch, wie das Aquarium jetzt dann aktuell nach der Umgestaltung direkt aussieht. Wie immer muss das Ganze noch so ein kleines bisschen einwachsen und so. Ihr habt ja im letzten Video gesehen, dass ich gerade diesen Emersen-Bereich, diese Stegbepflanzung komplett runtergecuttet habe. Und das dauert einfach jetzt wirklich eine ganze Weile, bis sich das erholt hat. Ich habe das in der Vergangenheit ja schon noch häufiger mal gemacht und deswegen bin ich sicher, dass das auch wieder funktioniert. Aber das kann echt einige Wochen dauern, bis das wieder ansprechend aussieht. Aber man muss solchen Projekten immer Zeit geben. Geduld ist die oberste Tugend eines Aquarianers. Man kann das, finde ich, nicht oft genug sagen. Ja, wenn euch das Video gefällt, gebt ihm einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, läutet die Glocke, um keine weiteren Videos zu verpassen. Schaut auf Instagram vorbei. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß und Muße beim Zuschauen der Umgestaltung des Rennbahn-Aquariums. So, wir starten an der Stelle, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Und ich hatte ja den Bodengrund nochmal ordentlich durchgesiebt, um die alten Schneckenschalen und größeren Steine und Wurzelstückchen daraus zu holen. Und habe die großen Steine nochmal gesichert für die Neugestaltung und euch auch schon das Hardscape-Material, was ich gekauft habe, gezeigt. Und ich weiß, dass die Frage kommen wird, aber ich kann euch leider nicht sagen, wie dieses Holz heißt, was ich hier geholt habe. Mir ist aber optisch einfach unheimlich gut gefallen. Ich habe das im Zooladen gekauft und insofern bin ich sicher, dass es schon funktioniert. Und ich habe auch dieses Layout wieder in einem Dojo vorbereitet. Ihr seht einen kleinen Gast auf den Fotos. Das macht immer Spaß, in diesen Dojos zu arbeiten und so ein bisschen rumzuspielen. Und ja, dann ging es darum, dieses Layout, was ihr gerade schon kurz gesehen habt, in das Aquarium zu bauen. Und meine Herausforderung war, das im laufenden Betrieb zu machen. Ich hatte mich ja entschieden, das mit Besatz zu machen, dass die Fische also hier nicht draußen sind, dass der Filter weiter durchlaufen soll. Und das macht eine Gestaltung deutlich schwieriger. Die Gründe dafür habe ich im letzten Video genannt. Könnt ihr da nochmal nachgucken. Heißt, ganz viel rumprobieren, spielen. Ich habe erstmal geschaut, was waren die größten Wurzeln, die ich da in der Mitte haben wollte. Ziel war es, in der Mitte so eine Art Insel zu machen, die so nach links und rechts rausragt. Und an den Seiten nochmal so kleine Inseln, die in die Mitte ragen, zu machen. Mir wurde ja auch schon gesagt, ich hätte meinen Stil gefunden und dass die Aquarien immer gleich aufgebaut sind. Und ja, da ist was dran. Dem wollte ich jetzt hier mal entgegenwirken. Und ich fand, das passt einfach sehr gut. So, wie bin ich jetzt damit umgegangen, dass das Aquarium befüllt ist? Die Wurzeln treiben natürlich auf. Ich habe sie nicht gewässert. Und verkleben unter Wasser geht nicht so richtig. Also habe ich sie gesetzt, so wie ihr es gerade gesehen habt. Und dann habe ich sie wieder rausgeholt mit dem passenden Stein. Alles vorher quasi ausgemessen durch Ausprobieren. Und dann verklebt. Mit der Methode, mit der Baumwollwatte und Sekundenkleber. Und das funktioniert natürlich total gut, weil man hat einfach Platz, das zu machen. An Land quasi. Nicht im Aquarium, wo alles beengt ist. Und diese Teile, die dann beschwert waren, die konnte ich dann natürlich einsetzen und positionieren. Und das machte die Sache einfach. Allerdings ist das kein einfacher Prozess gewesen. Denn dieses hier, dieses Rumprobieren und wie muss ich den Stein dann an die Wurzel kleben, das hat echt Zeit gekostet. Und was mir auch aufgefallen ist an der Stelle, mich hat das erste Mal so ein bisschen gestört, das parallel zu filmen. Und zwar nicht, weil ich keinen Spaß am Filmen hatte, sondern weil einfach diese Kamera dann auch immer noch im Weg stand. Also irgendwie so mehrere Widrigkeiten. Und das fand ich ganz spannend, so innerlich. Ich habe mir fast zwischendurch ein bisschen gewünscht, das einfach ganz in Ruhe ohne Kamera zu machen. Aber sei es drum. Ich glaube und hoffe, dass das alles gut nachzuvollziehen ist, was ich hier mache. Ich habe nämlich dann angefangen, diese ersten Wurzeln zu erweitern. So wie ich das in dem Dojo im Zooladen auch schon gemacht hatte. Mit kleineren, feineren Wurzeln, weil ich das dichter haben wollte. Ich wollte ordentlich Wurzelwerk da drin haben, ohne Schwimmraum wegzunehmen. Ich habe dann den Wasserstand so ein bisschen abgesenkt und habe diese kleineren Teile da dran geklebt. Nicht alle, das habe ich einfach nur so reingesteckt, das war über Wasser. Aber die Wurzelstückchen, die unter Wasser dann sind, die habe ich dann noch weiter verklebt. Die Klebestellen habe ich jetzt nicht mit Sand oder Innigem bestreut, weil ich die sowieso bepflanzen möchte. Und Sand da oben ist jetzt auch nicht so natürlich. Also von daher, die weißen Klebestellen wird man nachher nicht sehen. Ich habe mich bemüht, sie sehr klein zu machen und die werden dann einfach bepflanzt. Auch für die Bereiche rechts und links im Aquarium habe ich dann so Teile vorbereitet mit einem Stein. Und konnte die so sehr einfach positionieren. Und da ging es mir vor allem darum, die Filter auch zu verdecken. Man hätte es auch komplett freilassen können. Aber ich fand es irgendwie ganz schön, so entsprach meinem persönlichen Geschmack, dass da von den Seiten auch noch mal so ein bisschen was kommt und reinragt. Das ganze Layout ist tatsächlich so aufgebaut. Ich mache übrigens hier parallel so ein bisschen noch Steine rein, um diese Inseln herum. Und dass dieses Aquarium möglichst viel freie Flächen hat für die Panzerwelsen. Ich habe hier sehr, sehr viele Corridoras Equus drin. Und dass der Schwimmraum mehr als vorher auch erhalten bleibt. Denn das Aquarium ist ja sehr flach und lang. Es ist 1,50 Meter mal 32 in der Tiefe und nur 20 Zentimeter in der Höhe. Das heißt, wir haben ein relativ geringes Wasservolumen für diese Länge mit ungefähr 100 Litern. Könnt ihr euch selber ausrechnen. Und ich wollte ganz gerne dieses Wasservolumen den Fischen auch zur Verfügung stellen. Und ich hatte es ja auch im letzten Video sehr intensiv besprochen mit euch. Ich wollte die Möglichkeit haben, die Fische einfach wieder besser zu sehen. Die Fische haben mir das Ganze hier nicht übel genommen. Sondern das war ja relativ schnell so, dass sie dann wieder Rückzugsmöglichkeiten auch hatten. Den Stress haben die alles wunderbar überstanden. Also wirklich, das war überhaupt kein Problem. Hier vorne der kleine Innenfilter. Das ist der, der die Wurzel vorher bewässert hat. Ich habe den jetzt erstmal noch drin gelassen. Einfach um diese Trübung schneller zu klären in dem Aquarium. Und wollte ihn dann später wieder rausnehmen. Den Heizstab habe ich jetzt noch in der Testung für die Temperatur. Den werde ich noch ein Stück weiter nach rechts schieben, sodass man ihn noch weniger sieht an der Stelle. Und ansonsten gefällt mir das so vom Harzgelb her schon mal ganz gut. Das ist ja noch nicht bepflanzt. Die Spartifilum in der Mitte wollte ich sehr, sehr gerne erhalten. Die rundet für mich die Insel in der Mitte so ein bisschen ab. Und ja, ich mag einfach diese Flusssteine. Hier sind ja noch die Orthotyropsis piribeboi drin. Die brauchen Orgitane Schweße. Und die mögen einfach diese flachen Steine, diese gut abgrasen, abweiden können. Wo sich dann auch ein schöner Algenbelag mit Mikrofauna drin bildet. Und deswegen mag ich diese Steine sehr gerne auch in diesem Aquarium. Ja, die E-Merse-Bepflanzung der Stege hatten wir so stark zurückgekattet. Das dauert sicherlich eine ganze Weile, bis sich da wieder gesundes Pflanzenwachstum einstellt. Aber es war nötig, das habt ihr im letzten Video gesehen. Und ich habe dann erstmal eine Weile davor gesessen. Denn jetzt ging es den Tieren wieder gut. Und ich wollte es auf mich wirken lassen. Ob es mir alles so gefällt und so weiter, bevor ich mich dann an die Bepflanzung gemacht habe. Man sieht hier von der Seite im Aquarium so eine Klebestelle. Da habe ich dann mit diesem Moos gearbeitet. Was ich ja vorher schon in dem Aquarium dann entdeckt habe. Was sich so schön entwickelt hat über die letzten Jahre in dem Aquarium. Ich habe dafür diese ganze Insel nochmal ein bisschen nach vorne geschoben. Das ist übrigens wirklich ganz praktisch mit der Verklebung. So, das hält bombenfest. Sah gerade wackelig aus, aber sind vorne die beiden Steine sind ja nicht geklebt. Sondern da hinten der da drunter. Das hält sehr, sehr gut. Ich habe es noch ein bisschen vorgezogen, weil ich auch den Zugriff zu dem kleinen Strömungsinnenfilter, der dahinter ist, weiter ganz bequem haben wollte. Da muss man immer überall drauf achten. So, wie kommt man da dran und so. Die Beckenmaße sind schwierig auch dafür. Auch um die Scheiben zu putzen. Da muss man auch wieder gucken, dass das nicht alles da vorne an der Frontscheibe von innen ist. Dass man da noch dran kommt und so. Diese ganzen Geschichten haben wir ja schon hundertmal durchgekaut. Und ich glaube, es ist wieder ganz gut gelungen. In der Mitte, wo die Wurzeln so zusammenkommen, sah man ein paar Schnittstellen. Und da habe ich dann auch erst einmal was von diesem Moos dazu gegeben. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass jemand von euch in den Kommentaren ist, der mir sagen kann, wie dieses Moos heißt. Also tut das, wenn ihr das wisst. Da können wir da zusammen ein bisschen dran arbeiten. Und ja, so war dann eigentlich schon das Ganze sehr weit gediehen. Ich wollte jetzt in der Bepflanzung auch wieder punktuell an den Wurzeln, die die Wasseroberfläche durchstoßen, mit Submers, Emers Pflanzenbereichen arbeiten. Und dafür bietet sich Moos an, welches ich in vielen Aquarien, in Zuchtaquarien und so weiter sehr, sehr viel zur Verfügung habe. Das mache ich dann immer so knapp unter die Wasseroberfläche, um die Klebestellen zu verdecken. Und darauf kann man dann noch andere Pflanzen setzen. Aber ich wollte auch das Ganze nicht jetzt total zu pflanzen, weil ganz ehrlich, dieser Blick hier mir ganz persönlich, und das ist das Wichtigste, gefällt das so schon sehr, sehr gut. Und ich bin echt wieder so ein bisschen davon weg, alles mit Pflanzen zuzuballern. Wie allein jetzt hier die Schilfsalmler schon stehen an dieser Stelle in dem Aquarium und sich da so einfügen in das Layout, das gefällt mir unheimlich gut. Das muss ich einfach sagen. Die sind auch schon schön verteilt in dem ganzen Aquarium vorne, das Weibchen von den Bolivianischen Schmetterlingsbundbarschen. Also, Bepflanzung etwas vorsichtiger. Und ja, das ist hier eines meiner Zuchtaquarien. Und es ist von oben bis unten voll mit Moos. Ich bin mir relativ sicher, dass es Weeping-Moos ist. Und das bietet sich einfach an. Das ist ein Moos, was nicht fest wächst, also was seine Haftorgane nicht an den Oberflächen fest macht. Aber das ist jetzt hier auch nicht unbedingt nötig, weil es ja in diesem Spritzwasserbereich knapp unter der Wasseroberfläche und daraus sich ergebenden Spritzwasserbereich dann befinden wird und dort nicht weggetrieben wird. Aber man sieht hier die Klebestellen von oben und da ging es mir jetzt darum, die abzudecken mit Moos an verschiedenen Stellen. Das Flackern zwischendurch kennt ihr von dem Aquarium. Das ist die Beleuchtung. Da sind ja diese LED-Spots von Lomini drüber. Und da ist irgendwas mit, ja, keine Ahnung. Wurde mir schon oft erklärt, ich mache das alles ja mit dem Handy und da irgendwelche Blenden und Paarstellen, keine Ahnung, wie das alles heißt, umzustellen. Nein, das funktioniert irgendwie nicht, kriege ich nicht hin. Deswegen arbeite ich immer mit Beleuchtung, dass ich das heller beleuchte, die Beleuchtung hochziehe und wieder runterziehe. Damit geht das ganz gut. Und meistens flackert es ja nicht in den Videos. Aber das ist jetzt hier total simpel. Also ich lege einfach Moosballen aus einem vorhandenen Aquarium auf diese Klebestellen. Und das ist es dann schon. Und in diesem Aquarium ist mir die Optik von oben ja so wichtig. Das ist wirklich was Besonderes an diesem Aquarium, weil es so flach ist und so tief steht. Und deswegen zeige ich euch das hier auch gerade von oben. Ich könnte ja auch die Kamera weiter runter setzen und da sieht man es von vorne. Aber von vorne sieht man das, was ich hier mache, gerade gar nicht so sehr, weil es halt an der Oberfläche ist. Und ich liebe halt den Blick von oben in dieses Aquarium, weil das hat irgendwie echt was sehr, sehr Natürliches. Also wie geht man in die Natur? Man kann tauchen gehen, okay, dann ist man unter Wasser. Aber in der Regel auch, wenn man so spazieren geht und so, dann schaut man in Gewässer von oben rein. Und ich mag diesen Blick einfach unglaublich gerne. Von oben in ein Gewässer. Und wenn dann auch noch so Fische da rumschwimmen, finde ich total klasse. Da geht mein Naturherz auf und deswegen bin ich froh, dass das Aquarium hier so steht, wie es hier steht. Die ganzen Pflanzen aus dem alten Layout habe ich in einem Eimer zwischengelagert. Und ja, werde jetzt ein paar wenige davon einsetzen. Bei weitem nicht alle. Es geht mir um ein paar Nubias, die ich jetzt hier in diesem Fall auch nicht klebe, sondern einfach stecke. Dafür bietet sich das Holz einfach an, weil es so viele Verzweigungen hat. Und auch unten zwischen diese Steine konnte man da gut was setzen. Steine und Holz. Und dann habe ich einfach so ein paar Nubias gesetzt. Und dann habe ich mir aus meinem Schreibtisch-Biotop noch Rotalahara-Emers geerntet. Ich liebe das ja, wenn man so auf die eigenen Pflanzen zurückgreifen kann. Und habe die noch so dazwischen gesetzt. Das habe ich in dem Ufer-Aquarium 2.0 ja auch schon gemacht. Und da hat sich das ganz toll entwickelt. Kleine Bucephalandra habe ich noch gefunden, die ich noch einsetze. Hier so eine Mischung aus Moos und Rotalahara, die ich hier vorne direkt einsetze. Und dann bleibt abzuwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Also es hat schon teilweise sehr gut funktioniert in verschiedenen Aquarien. Teilweise funktioniert das dann auch nicht. Das ist immer so ein bisschen Versuch und Irrtum. Und einfach rausprobieren. Das bin ich sowieso großer Freund von. Denn nur dann kann man sagen, hat in diesem ganz speziellen Fall geklappt oder nicht. Ein bisschen Java-Fahnen kommt noch rein. Gerade in diesem Inselbereich in der Mitte. Was vom Leerhaut immer ganz schön ist, wenn man die verschiedenen Pflanzensorten auch dann in alle Bereiche bringt. Also wenn man in der Mitte irgendwas hat, dann bitte auch links und rechts. Oder wenn man links was hat, dann bitte auch in der Mitte und rechts. Das tut einfach der Optik sehr, sehr gut, wenn sich das so gleichmäßig verteilt. Ist aber auch selbstverständlich reine Geschmackssache. Und es gibt sicherlich auch Anwendungsbeispiele, wo das nicht der Fall ist. Finde ich so wichtig, das immer dazu zu sagen. Es geht ganz viel um persönlichen Geschmack in der Aquaristik und gerade in der Gestaltung. Und ich habe einfach für mich jetzt so festgestellt, dass ich es mag, diese natürliche Aquaristik weiterzufahren. So wie ich sie aus den Jahren meiner eigenen Aquaristik kenne und wo ich gut mit umgehen kann. Und diese natürliche Aquaristik dann zu verbinden mit Gestaltungsaspekten. Also ich hätte jetzt auch sagen können, das habe ich früher tatsächlich so gemacht. Das Ganze soll so ein bisschen in Richtung Südamerika-Biotop-Light gehen. Denn ich schmeiße einfach alles rein. Das ist in der Natur auch so. Und ich habe das, wie gesagt, in der Vergangenheit auch schon so gemacht. Oder ich mache es, wie ich es jetzt hier euch zeige. Ich gestalte sehr bewusst, wie die Wurzeln da drin stehen. Und ja, am Ende sieht es trotzdem so meinem Geschmack entsprechend ein bisschen durcheinander aus. Aber es sind schon so Linien erkennbar. So aus der Mitte heraus nach links und rechts oben. Und von den Seiten dann auch nochmal in die Mitte ragen. Und mir gefällt dieses Ergebnis wirklich wunderbar. Die Aufnahmen jetzt sind dann wieder einen Tag später. Das Wasser ist so ein bisschen klarer geworden. Die Fische haben weiter ihre Rückzugsmöglichkeiten, wie man das hier hinten sieht. Die Panzerwelse und auch die bolivianischen Schmetterlingsbundparsche halten sich gerne in diesen schattigen Bereichen auf. Die Salmler sind deutlich mehr unterwegs als vorher. Aber es ist halt nicht mehr so wenig einsichtbar, wie das vorher der Fall war. Und das war mir einfach unglaublich wichtig. Ich hatte gesagt, dass ich mit der Fütterung in den ersten ein, zwei Wochen dann sehr vorsichtig bin. Und das heißt erstens, es wird insgesamt weniger gefüttert. Es wird vor allem aber weniger, ich nenne das jetzt einfach mal Todfutter gefüttert. Das ist kein Forstfutter zum Beispiel. Aber auch ganz wenig, also im Vergleich zu vorher deutlich weniger industriell hergestelltes Futter. Sprich, Flocken, Granulate, Futtertabletten und so weiter. Was da eine gute Möglichkeit ist, ist Lebenfutter. Und ich habe jetzt hier eine ordentliche Portion Glanzfirma reingesetzt. Denn diese leben und belasten damit das Wasser weniger als Totmaterial, was sofort verrottet. Natürlich wird das gefressen, verdaut, ausgeschieden von den Fischen. Also da muss man auch ein bisschen aufpassen. Aber zumindest habe ich keine nicht gefressenen Überreste irgendeines Futters, was dann sofort das Wasser sehr stark belastet. Das ist jetzt hier eher so ein natürlicher Prozess. Und die Biologie in diesem Aquarium, die funktioniert ja noch. Der Boden ist nicht klinisch sauber gemacht. Der Filter ist nicht klinisch sauber gemacht. Das würde ich nie machen. Sondern da ist überall noch ordentlich was drin. Ich habe die verschiedenen Schwämme und so weiter. Die Biologie funktioniert. Jetzt mache ich hier was, was ich schon lange nicht mehr gemacht habe, aber wo ich schon Erfahrung mit habe. Und was ihr hier seht, ist tatsächlich Räubuschtee. Räubus, wie auch immer man das nennen möchte. Das ist so eine Strauchart aus Afrika. Und das ist natürlich ein biologischer Tee, aber es ist ein normaler Tee zum Trinken. Und das habe ich in der Vergangenheit schon mal gemacht. Und für mich ist es so, dass es eine superschöne Methode ist, um dem Wasser Huminstoffe hinzuzufügen. Vor allem aber geht es in diesem Fall um Wasserfärbung. Die Fische nehmen selbstverständlich keinen Schaden davon, diesen Tee einzusetzen. Wichtig eben Bio-Qualität und nichts anderes dazu, sondern wirklich nur dieser Räubuschtee. Der ist ganz normal gebrüht und abgekühlt. Also ist hier natürlich kein heißer Tee, den ich reingippe. Und das, was dieser Tee macht, ist hauptsächlich, ich habe das damals mal sehr intensiv gemessen und nachgeguckt und so, hauptsächlich für die Wasserfärbung gut. An den Wasserwerten macht er nicht viel. Aber ich finde die Farbe, die dieser Tee bringt, wirklich richtig klasse. Ich stehe total auf Schwarzwasser. Also ich weiß, es gibt ganz viele, die wollen immer Kristallklares. Das will ich auch, aber auch vor allem kein braunes Wasser haben, sondern wirklich so, als wäre da gar kein Wasser drin. Und ich ganz persönlich stehe sehr auf diese braunen Färbungen. Ich finde das super natürlich. Das ist ja hier Südamerika, dieses Aquarium vom Fischbesatz her. Und wieder ein Biotop Light Aquarium. Und da ist einfach für mich die braune Wasserfärbung total wichtig. Und dieser Tee-Einsatz ist ein bisschen Spielerei. Das muss man ganz klar sagen. Das hat keinen großen Einfluss auf die Wasserschemie. Was ich dafür noch nehme, sind dann natürlich wieder Laubblätter, in dem Fall Seemandel-Laubblätter. Ich setze aber da verschiedenste Laubsorten ein. Und Erlentapfen habe ich jetzt hier mal wieder genommen. Das ist ja jetzt alles wieder hier clean und sauber. Das ist so ein Material, was man immer mal wieder ein bisschen austauschen muss. Wird sich einfach zersetzt mit der Zeit. Ich habe mich jetzt in diesem Fall auch dafür entschieden, Seemandel-Baumblätter im Ganzen reinzugeben. Rein optische Sache. Ganz häufig zerbrösel ich das ja, damit es sich in der Aquariengröße orientiert, in das Layout einpasst. Mir ist wichtig, hier Laub drin zu haben. Gerade die Seemandel-Baumblätter haben positive Auswirkungen, wenn es in Richtung Südamerika geht. Und ganz minimale Wasserwertveränderungen in Richtung Weich und Sauer. Das hält sich aber in Grenzen immer so ein bisschen, sagt man denen, auch eine desinfizierende Wirkung nach. Und das ist hier ein sehr, sehr gutes Mittel. Und das dauert dann immer so ein, zwei Tage, bis die absinken. Und ich habe die dann so leicht positioniert noch, weil das eine Blatt hing so an der Frontscheibe, sodass man gar nicht mehr reingucken konnte. Da greife ich dann schon an. Ansonsten darf das fallen, wie es halt fällt. Und ja, dieses Material, Laubsorten, Seemandel-Baum-Rinde, Erlenzapfen und was man nicht alles einsetzen kann, färbt das Wasser auch so richtig schön kristallklar, aber Teebraun. Teebraun passt in diesem Fall natürlich auch, weil der Räuberstädter auch noch seinen Beitrag zugeleistet hat. Ja, jetzt kommen wir in so eine Phase des Videos. Wir schauen uns mal die Bewohner an. Ihr habt gerade die Schilfsalmler gesehen. Hier haben wir die Corridoras Eques. Ein, zwei eigene Nachzuchten sind sogar dabei, ansonsten meine Zuchtgruppe. Die sich noch ein bisschen zurückhalten, aber auch schon unterwegs sind, wenn es Futter gibt. Wir haben die blauen Neons, noch drei Stück drin. Wirklich uralte Tiere. Ihr seht sie hier in dem Schwarm dazwischen. Ich kann nicht sagen, wie viele Jahre, aber ich sag mal so sieben, acht Jahre mindestens. Und das führt auch dazu, dass die nicht mehr so fit aussehen. Die beiden hier gehen noch. Der dritte im Bunde sieht schon wirklich nicht mehr gut aus. Aber ich weiß, dieses Tier ist nicht krank. Der frisst auch noch. Und ja, der darf einfach seine letzten Momente, wie lange auch immer das sein wird, natürlich hier in diesem Aquarium verbringen. Und ja, der hat jetzt auch wieder super gefressen nach diesen Aufnahmen. Ich bin gespannt, wie lange der sich so macht. Dann habe ich hier auch wirklich recht alte Hyphesubricon Eos noch drin, auch so Überbleibsel. Das sind die in diesen Bildern gerade, die nicht die Schilfsalmler sind. Und die waren früher so richtig silberglänzend. Das hat ja mit diesem Parasitenbefall in der Natur zu tun. Aber interessanterweise im Alter ist das immer weniger geworden, sodass die mehr ihrer Naturfarbe dann wieder ähneln. Also der ohne diesen Parasiten. Die bolivianischen Schmetterlingsbefalle. Das Männchen sieht gut aus, das Weibchen sieht nicht gut aus. Das muss man sagen. Und übrigens tatsächlich so ein bisschen auch so eine Sache. Ich konnte vorher das Aquarium nicht gut beobachten. Und mir ist das einfach sehr lange nicht aufgefallen, dass das Weibchen von rechts jetzt unscharf zu sehen, hinten das Männchen, sieht gut aus, dass das sehr abgemagert ist. Und da kommen wir gleich nochmal genauer drauf zu sprechen. Die braunen Orgitarnenschwälse habe ich ja hier drin. Habt ihr gerade auch zwischendurch schon mal gesehen. Seht ihr auch gleich noch zwischendurch. Ich habe hier immer mal wieder ausselektierte Garnelen reingesetzt. Das heißt, ich habe hier auch einen bunten Mix an Garnelen. So eine rote da oben, da hinten eine weiße. Vielleicht ist es auch eine Palmata, also die White Pearl. Die hier reingekommen ist. Unten schon so ein bisschen naturfarbenes Tier. Und vorne eine mit so einem krassen Rückenstrich. Ich finde das total faszinierend. Und in diesem Aquarium werden sicher, ganz ganz sicher, sehr viele der Garnelen-Nachkommen aufgefressen. Aber es kommen eben auch immer wieder Tiere durch. Das wird natürlich mit der sehr dichten Bepflanzung vorher deutlich mehr der Fall gewesen sein, als es jetzt sein wird. Aber das finde ich nicht schlimm. Also die adulten Garnelen hier von den Zwerggarnelen, Neocaridina, die werden anscheinend nicht behelligt von den Schmetterlingsbundbaschen zum Beispiel oder auch den anderen Tieren. Bei den Jungtieren wird man sehen, wie viel da jetzt durchkommt. Aber ich habe ja in so vielen Aquarien Garnelen in einigen versucht, die ja auch die Zuchtlinien ja quasi sauber zu halten, dass sie so bleiben, wie sie, wie sie, wie ich sie haben möchte. Und da selektiere ich auch aus und dann setze ich hier immer mal wieder Tiere auch rein. Habe ich aber schon sehr lange nicht mehr gemacht. Das heißt, diese Population hier hat sich echt in dem Aquarium entwickelt und gehalten. Ja, nach einer gewissen Zeit habe ich dann auch industriell hergestelltes Futter wieder angefangen zu füttern. Ich gebe hier sehr gerne diese Futtertabletten zum Beispiel und habe einfach angefangen, das Aquarium zu genießen. Das ist so ein schöner Moment und ich möchte jetzt nicht irgendwie mit einem Bild des Aquariums das Ganze beenden, sondern ich möchte mit euch mal reingehen in diese Beobachtung, in dieses, was mich so begeistert an dem Hobby. Und wo ich hoffe, dass ihr euch auch alle immer noch die Zeit dafür nehmt, in diese Beobachtung reinzugehen. Eine Futtertablette ist total super. Ich stehe da drauf. Ich habe das schon ganz häufig gesagt. Man kann sie vorne an die Scheibe kleben, dann kommen die Tiere nach vorne und man kann sie super beobachten. Gerade die Corridoras Equest, das sind so tolle Tiere geworden hier in dem Aquarium. Das ist einfach wunderbar. Und dieses feine Futter, woraus diese Futtertablette besteht, wird dann von denen so aufgewirbelt und ihr seht daneben immer den Salmlerschwamm. Die stehen dann da und picken die feinen Staubteile des Futters auf und ernähren sich so. Die Garnelen machen sich immer auf den Weg hin zum Futter. Die sind da überhaupt nicht scheu, sondern die sind auch da unterwegs. Das sind hier die Neocaridina, aber ich habe auch noch Amano-Garnelen hier drin. Das ist einfach total schön. Die Schmetterlingsbundbarsche sind sehr, sehr scheu. Das Weibchen mittlerweile weniger. Das macht mir aber wirklich Sorgen. Es ist sehr abgemagert. Ansonsten kann ich wenig Krankheitsanzeichen erkennen. Alle anderen Tiere in dem Aquarium sind total gesund. Ich weiß nicht genau, was es ist. Ich vermute, es sind keine, vielleicht aber doch internen Parasiten, irgendwelche Darmprobleme oder so, die das Tier hat. Ich versuche, die jetzt nochmal gezielt, wo ich jetzt wieder besser beobachten kann in dem Aquarium, ein bisschen aufzupäppeln mit verschiedensten Lebenfuttersorten. Also, dass man da auch nochmal, da gehe ich jetzt mal wieder auch in den Bereich, was ich lange nicht gemacht habe, zum Beispiel lebende rote Mücken zu geben. Und da habe ich schon beobachtet, dass das Weibchen die wirklich sehr gut frisst. Das Tier ist noch interessiert am Futter, was man ja auch hier an der Futtertablette die ganze Zeit sieht. Die geht da dran. Vielleicht wäre das nochmal was. Aber aus meiner Erfahrung heraus kann ich euch sagen, wenn ein Tier so aussieht wie das Weibchen hier links, ist es nicht so gut. Und ich werde es einfach weiter beobachten. Ich werde natürlich in so einer Situation auch immer die anderen Tiere sehr, sehr gut im Blick behalten. Aber das Männchen ist einfach, ja, das ist gut genährt, das hat tolle Flossenfilamente, da sehe ich keinerlei Krankheitsanzeichen. Der muss sich noch ein bisschen eingewöhnen in das neue Layout. Also, der ist da so ein bisschen gestresst gewesen. Mehr als die anderen Tiere, würde ich sagen. Aber das wird sich zeigen, wie der sich dann so macht. Hier seht ihr die lebenden roten Mücken, die ich aus dem genannten Grund nochmal reingegeben habe. Ich nehme sie eigentlich hauptsächlich aus dem Grund nicht mehr so gerne, weil, ja, ich mir immer wieder Hydren oder Planarien einfange mit Lebendfutter, was jetzt nicht Glanzwurm ist. Auch bei Tubefax und sowas ist das der Fall. Das gehe ich jetzt hier ein, das Risiko, dass das so ist. Es wäre auch nicht so schlimm, in diesem Aquarium ein paar Hydren oder Planarien zu haben. Schauen wir einfach mal, wie sich das Ganze, ja, macht. Ob da ich mir wieder was reinhole oder nicht. Aber das weibliche Tier, der bolivianischen Schmellerlingsbundbarsche, hat rote Mückenlarven gefressen. Ich habe dann sogar mal gezielt. Und das hat wirklich nicht die Mückenlarven immer wieder ausgespuckt, sondern hat sie auch wirklich verschlungen. Und vielleicht gibt es ja nochmal was. Ihr seht auch, der gebraune Orgithanschwelz geht an diese roten Mücken. Das finde ich immer ganz faszinierend, weil man das gar nicht glauben würde. Ich habe noch den einen Entlerkopie hier drin. Die habe ich eigentlich mittlerweile im anderen Aquarium. Der soll jetzt aber hier drin bleiben. Ist auch schon ein recht altes Tier. Und dem will ich den Stress nicht mehr antun. Die Salmler fressen natürlich auch die roten Mücken. Selbstverständlich, ist klar. Und das ist einfach ein Futter, gerade für die Panzerwehr, sind natürlich gar kein Thema. Also die lieben rote Mückenlarven. Also ich verteufel dieses Futter nicht per se. Man muss halt bei bestimmten Arten so ein bisschen aufpassen. Bei Nanochromesblendens würde ich die nicht geben. Bei Apistogrammarten bin ich auch weg davon. Da gibt es ja die Theorie mit diesen Borstenfortsätzen, die dann in diesem empfindlichen Darmsystem verschiedener Zwergbundbarscharten Probleme machen können. Ich weiß es nicht. Die Amanogarnelen machen sich super. Hier ist gerade ein weibliches Tier, was keine Eier trägt. Und jetzt wird gerade dafür gesorgt, dass sie bald wieder Eier trägt. Das heißt, die ganzen männlichen, kleineren Tiere sind, ja, oder die kleineren Tiere sind männliche Amanogarnelen und die umgarnen dieses große, laichbereite Weibchen. Man sieht das an den vorproduzierten Eiern im Nackenbereich. Und die reiten dann so auf. Und da kann man sich eigentlich sicher sein, dass am nächsten Tag dieses weibliche Tier auch wieder Eier trägt. Und ja, das ist schön zu sehen. Die Umgestaltung ist jetzt hier noch nicht lange her. Und ich bin total begeistert, wie schön die Tiere sich hier verhalten. Also für mich hat sich die Umgestaltung schon allein aus diesem Grund total gelohnt. Auch die Corridoras Habrosus, ganz hinten einer und hinter dem Equus sitzt gerade einer beim Mückenlarvenverspeisen, sehe ich jetzt endlich mal wieder. Da sind immer noch Tiere drin und die sehen gut aus, die sehen fit aus und gesund. Das finde ich total klasse, denn die sind auch schon wirklich alt für so kleine Tiere. Die haben einige Jahre auf dem Puckel. Und von daher freut mich das, dass ich einfach jetzt hier mal wieder mehr sehen kann, was sich in dem Aquarium befindet, wie es den Tieren geht und wie die sich verhalten, wie die ans Futter gehen und so weiter. Wenn man füttert an einer Seite, dann sind da natürlich immer super viele Tiere auf einem Haufen. Aber man sieht dann, wenn man das Aquarium so insgesamt betrachtet, dass sie sich einfach natürlich in dem Aquarium sehr schön verteilen können. Und das Aquarium ist meines Erachtens nicht überbesetzt. Es ist so ein bisschen an der Grenze, was die Corridoras Equus angeht. Da habe ich über 20 Tiere drin. Das ist schon eine ganze Menge. Auf der anderen Seite habe ich diese gute Kantenlänge mit 1,50 Meter. Die können sich hier gut verteilen. Das passt so. Meine Einschätzung meines Erachtens ist das in Ordnung. Zwergbundbarsche liebe ich auch deswegen, was ihr hier jetzt gerade seht. Ihr seht nämlich das Männchen links hinter dem Stein von den bolivianischen Schmetterlingsbundbarschen. Und ja, dieses, der so steht dahinter, der ist scheu. Und ich sitze davor und man sieht so richtig, wenn ich um die Ecke gucken will, dass der sich zurückzieht. Und wenn man dann still hält, dann kommt er so langsam wieder vor. Jetzt, Achtung, jetzt kommt er so langsam vor. Und ja, irgendwie haben die Tiere für mich Persönlichkeit. Ich mache diese kleinen, feinen Beobachtungen einfach unheimlich gerne. Jetzt geht er immer mehr ins Freie und doch nochmal Rückzieher. Und er will aber eigentlich über die Freifläche in die andere geschützte Gegend dieses Aquariums. Und jetzt nimmt er sich ein Herz, frisst nochmal schnell was und ist dann aber auch schnell wieder weg. Gut, zum Abschluss dieses Umgestaltungsvideos und nach unserem kleinen Ausflug in die Beobachtungen, die ich immer so hier anstrebe, will ich das Aquarium nochmal im Gesandten zeigen von oben. Matschepampe auf den Glasstegen. Ich hoffe, dass da wieder eine schöne Tripatita-Decke draus wird, wie das hier auf dem Mittelsteg noch der Fall ist. Ich hoffe, dass diese kleinen, ehemärsgesetzten Pflanzenbereiche an den Wurzeln sich schön entwickeln. Man kann jetzt wieder reingucken. Die Spartifilum ist mir erhalten geblieben. Das war mir wichtig. Und das Aquarium ist einfach deutlich einsehbarer. Es ist ein Biotop-Aquarium-Leit geworden mit dem von mir gewünschten Schwarzwasser. Die Tiere haben mehr Platz zum Schwimmen. Ich kann sie besser beobachten. Und ich bin total begeistert und zufrieden, wie sich das Ganze hier entwickelt hat. Ich hoffe, dass euch das auch gefällt. Wenn dem so ist, freue ich mich. Wenn dem nicht so ist, schreibt es mir und das ist völlig in Ordnung. Das ist dann euer Geschmack. Ich entlasse euch jetzt mit diesen letzten Bildern und sage einfach Tschüss und bis zum nächsten Mal. Das ist dann euer Geschmack.